Und es ist in 13 Uhr, wie wir es sagen. Wie wohnen Sie könnten? Nein, 15 Uhr. Das ist in 13 Uhr. Das ist auch so viel Uhr. 12 Uhr! 12 Uhr! 13 Uhr! 13 Uhr! 13 Uhr! Was hat er gesagt? 13 Uhr hat er gesagt. 13 Uhr! Nein, er hätte noch schnell sein können. Einmal der Socken. Da war er vor. So kommen wir vor. In 300 Uhr, oder? Ja. 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 Ja.